Ja meine Freunde, herzlich willkommen bei GhostTV und schön, dass ihr zum neuen Video eingeschaltet habt. Worüber sprechen wir heute? Relativ einfach, wir hatten unseren ersten Livestream und da hatte ich euch mal um so ein paar Vorschläge gebeten und da kam eben auch die Bitte einmal um die Ecke ein Video über den europäischen Feuerwaffenpass zu machen und das werden wir heute tun. Vorab noch kurz, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, damit der Kanal auch weiter wachsen kann und denkt oder überlegt mal, Ob ihr die Kanalmitgliedschaft nutzen möchtet, die findet ihr oben unter dem Button Mitglied werden, unter dem Kanalbanner. Wer sagt, ich möchte nicht regelmäßig jeden Monat ein paar Cent oder Euro dem Kanal zugutekommen lassen, für den ist vielleicht die Geschichte mit dem PayPal Link was. Ja, also ihr könnt den Kanal auch über PayPal unterstützen, wenn ihr das Bedürfnis verspürt. Ich würde mich über beide Varianten freuen. Ja, die Links dazu zum PayPal findet ihr unten in der Videobeschreibung und ansonsten legen wir los. Wofür brauchen wir den europäischen Feuerwaffenpass überhaupt? Das ist relativ einfach erklärt. Ja, ich blende euch auch unten immer die Passagen aus dem Merkblatt des BMI ein. Da könnt ihr hinterher auch in dem Link, den ich euch unten mit reinsetze, nochmal nachlesen, was wir hier besprochen haben. Ich werde euch auch zusätzlich nochmal einen Link mit in die Videobeschreibung packen, wo ihr auch den Antrag findet für den europäischen Feuerwaffenpass. Aber gut, wofür brauche ich den europäischen Feuerwaffenpass? Relativ einfach. Wenn ihr Waffen mit ins Ausland nehmen möchtet, ins europäische Ausland oder auch nicht europäisches Ausland, allerdings Mitglieder der Schengenstaaten, da sind dann eben die Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein, dann braucht ihr den europäischen Feuerwaffenpass. Solltet ihr in ein Land fahren wollen, was nicht zu diesen Ländern gehört, weder zur EU noch zu den Schengenstaaten, dann solltet ihr den trotzdem mitnehmen, weil es kann unter Umständen die ganze Geschichte etwas vereinfachen. Was versteht man unter Mitnahme im Waffengesetz? Weil auch das ist wichtig für den europäischen Feuerwaffenpass, dass man da mit den Definitionen nicht durcheinander kommt. Ihr nehmt Waffen mit, wenn ihr sie vorübergehend ins Ausland verbringen wollt. Das gleiche gilt also auch für Munition. Also wir sprechen hier über Waffen und Munition. Beispiele hierfür, wenn ihr im Ausland jagen wollt oder an Wettkämpfen teilnehmen wollt oder aber auch zum offiziellen Training eines befreundeten Vereins zum Beispiel ins Ausland fahren wollt. Die Definition ist deswegen wichtig, weil wenn ihr die Waffen dauerhaft ins europäische Ausland schaffen wollt, dann verbringt ihr die. Dann nehmt ihr die nicht mit, sondern ihr verbringt die dorthin. Und dafür braucht man eben spezielle Ein- bzw. Ausfuhrgenehmigungen und Erlaubnisse. Und wer sich dafür interessiert, der kann anhand des Merkblattes sich auch noch die entsprechenden Paragrafen im Waffengesetz anschauen. Welche Waffen darf ich mitnehmen ins Ausland in Verbindung mit dem europäischen Feuerwaffenpass? Da müsst ihr auch gut aufpassen. Ihr müsst euch nicht nur mit dem deutschen Waffenrecht auseinandersetzen, sondern auch mit dem Waffengesetz des eventuellen Transitlandes, durch das ihr fahrt. Und auf jeden Fall mit dem Waffengesetz eures Landes, in dem der Wettkampf, die Jagd oder das offizielle Training stattfindet. Das ist aus dem Grunde eigentlich relativ wichtig. Stellt euch vor, ihr wollt jetzt zum Beispiel nach England zu einem Wettkampf. Ja, und gut, England ist jetzt ein krasses Beispiel, weil die Engländer haben, ich glaube, das extremste Waffengesetz mittlerweile. Aber egal. Nehmen wir das einfach mal als Beispiel und stellen wir uns einmal vor, dass hier vollautomatische Waffen erlaubt wären und ihr wollt jetzt mit eurer vollautomatischen Waffen nach England fahren. Dann werdet ihr ein Problem kriegen, weil in England, genauso wie hier natürlich, sind die Waffen verboten. Aber stellt euch vor, hier wäre es erlaubt. Dort ist ein Wettkampf. Dann müsst ihr dafür Sorge tragen, dass ihr euch vorher vergewissert, ob die Waffen, die ihr mitnehmen wollt, dort überhaupt zugelassen sind. Beim Wettkampf, klar, da sind die Waffen klar deklariert, da kann es schon relativ selten passieren. Aber dasselbe gilt natürlich auch für die Jagd und auch fürs Training. Also, kurz gesagt, ihr müsst immer darauf achten, nicht alles, was in Deutschland erlaubt ist, ist auch in eurem Transitland erlaubt oder in eurem Zielland. Da müsst ihr genau aufpassen, weil da hat es schon so mancher Probleme gekriegt und das ist ihm schon recht häufig dem einen oder anderen mal auf die Füße gefallen, die ganze Geschichte. Was in diesem Zusammenhang auch noch wichtig ist, dass ihr euch die Genehmigung einholt für Waffen, die ihr mitnehmen wollt. Das heißt, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, fragt erst bitte lieber nach. Oder aber, wenn es Länder gibt, die generell Genehmigungen erstellen, wenn ihr Waffen auch mit dem Europäischen Feuerwaffenpass einführen wollt, auch dann solltet ihr auf jeden Fall vorher prüfen, ob ihr zusätzliche Genehmigungen braucht oder nicht. Und die müsst ihr natürlich auch im Zielland und auch im Transitland unter Umständen dementsprechend vorher beantragen, bevor ihr losfahrt. Als nächstes stellt sich die Frage, wie viel Munition darf ich denn mit ins Ausland nehmen? Auch das ist relativ einfach. Wenn ihr jagdlich unterwegs seid, dürft ihr so viel Munition mitnehmen, wie gerechtfertigterweise für die Jagd, an der ihr teilnehmt, benötigt wird oder benötigt werden könnte. Fahrt ihr zu einem Wettkampf, dürft ihr so viel Munition mitnehmen, wie ihr für euren Wettkampf benötigt. Also, wenn ihr zum Beispiel irgendwo hinfahrt und wir nehmen jetzt einfach mal unsere Regularien hier, ihr wollt eine Präzisionsgeschichte schießen mit einer Kurzwaffe, wo ihr 40 Wertungsschüsse macht und 10 Probeschuss, dann könnt ihr nicht sagen, ich nehme 300 Schuss mit. Ihr könnt eventuell sagen, ich nehme 100 Schuss mit, falls ich mal Probleme habe mit der Munition. Aber das muss gerechtfertigt sein, das muss im Verhältnis zum Wettkampf stehen, beziehungsweise zu der Menge, die ihr für den Wettkampf benötigt. Da müsst ihr also auch drauf aufpassen. Was nicht erlaubt ist, von hier Munition mitnehmen und dann ins Ausland verbringen, das heißt also im Ausland belassen. Das heißt, ihr dürft die dementsprechend dort nicht verkaufen. Ja, drücken wir es mal so aus. Welche Dokumente muss ich mitnehmen, außer dem europäischen Feuerwaffenpass? Zum einen eure deutsche Waffenbesitzkarte oder Waffenbesitzkarten, je nachdem, welche Waffen ihr mitnehmen wollt. Ein Nachweis, der ist unheimlich wichtig, für den Grund der Reise, beziehungsweise eures Anlasses. Das heißt, entweder die Einladung zur Jagd oder die Einladung zu einem Wettkampf oder aber die Einladung zu einem offiziellen Training. Das müsst ihr auf jeden Fall dabei haben, weil ansonsten wird es unschön. Kommen wir aber später noch drauf. Und natürlich, was ihr noch braucht, haben wir vorhin kurz darüber gesprochen, den Nachweis des besuchten Landes hinsichtlich der benötigten Dokumente. Das heißt, macht euch schlau, was ihr an Dokumenten unter Umständen noch braucht im Ausland. Die müsst ihr euch vorher natürlich auch noch besorgen. Wie müssen die Waffen und die Munition auf dem Weg zu eurem Wettkampf, zu eurer Jagd oder zum Training im Ausland hinsichtlich des europäischen Feuerwaffenpasses transportiert werden? Das ist relativ einfach geregelt. In Deutschland sollte jeder von euch die Regel kennen. Die Waffen sind ungeladen, getrennt von der Munition, bestenfalls im Kofferraum und nicht in der Fahrgastzelle zu transportieren. Wenn sie in der Fahrgastzelle transportiert werden, dann sagt das Merkblatt, es muss in einem verschlossenen Behältnis stattfinden. Aber ganz wichtig, in dem Moment, wo ihr die Grenze übertretet in ein anderes Land und da ist es wieder egal, ob es ein Transferland ist, also durch das ihr nur durchfahrt oder euer Zielland, in dem Moment gelten die gesetzlichen Regelungen des Landes, indem ihr euch dann in dem Moment aufhaltet bzw. in das ihr einreist oder durch das ihr reist. Allein aus diesem Grund würde ich mich da schon mal schlau machen, ob es da unter Umständen andere Regularien gibt. Wie lange ist der europäische Feuerwaffenpass gültig? Generell erstmal fünf Jahre. Er kann dann nochmal um fünf Jahre verlängert werden. Wenn ich nur Einzellader-Flinten eingetragen habe, dann gilt der auf zehn Jahren. Zum Schluss kommt immer das Wichtigste und so auch hier in dem Video. Dieses Merkblatt hat ganz am Schluss noch einen kleinen Hinweis für euch, der aber exorbitant wichtig ist. Nämlich, dass dieses Merkblatt euch nicht als Inhaber des europäischen Feuerwaffenpasses davon entbindet, sich über die waffenrechtlichen Bestimmungen zu informieren. Also, dieses Merkblatt allein und das, was hier drin steht, das sind die groben Richtlinien und die allgemeinen Richtlinien. Wenn ihr das beherzigt, kann nicht viel schief gehen, aber natürlich solltet ihr auch ein gewisses Grundwissen über das deutsche Waffengesetz haben und bitte denkt daran, wirklich schlau machen, wie sieht es in meinem Zielland aus und wie sieht es in meinem eventuellen Transferland aus. Ganz, ganz wichtig. Ja, und zu guter Schluss, wirklich ganz zum Ende, ist natürlich noch wichtig, wie viele Waffen passen auf den europäischen Feuerwaffenpass, beziehungsweise wie viele kann ich da reinpacken lassen. Da unterteilen wir, bei den Jägern sind es drei Langwaffen und die dafür bestimmte Munition zum Zwecke der Jagd. Ja, relativ einfach. Bei Sportschützen bis zu sechs Sportwaffen und die dafür bestimmte Munition, die zum Ausüben des Schießsports benötigt wird. Also auch da bitte aufpassen, ihr könnt nur die Waffen und Munition mitnehmen, die ihr auch wirklich für einen Wettkampf und oder Training im Ausland benötigt. Und dann haben wir noch eine Kategorie, da haben wir weniger mit zu tun, leider Gottes. Das sind die Brauchtumsschützen. Die dürfen bis zu drei Einzellader, Lang- oder Repetierwaffen mitnehmen und die dafür bestimmte Munition zur Teilnahme an einer Brauchtumsveranstaltung. Ich hoffe, das Video hat euch etwas weiter nach vorne gebracht, hat euch die Informationen geliefert, die ihr wissen wolltet. Wenn irgendwelche Sachen offen sind, schreibt mich ruhig an, schickt mir eine Mail, tippert mich bei Instagram an oder auch über Facebook, alles kein Problem. Dann werde ich eure Fragen da gerne noch beantworten. Ja und ansonsten lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ein Abo. Denkt mal über die Kanalmitgliedschaft nach und behaltet mal den PayPal-Link im Auge. Bleibt gesund und munter und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und wir sehen uns, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.